Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books and Savior of Mankind. Aum. Warnung. Kannst du die Wahrheit ertragen? Kannst du ertragen, was du siehst, hörst, fühlst, schmeckst, tastet, als etwas, das dich in die Irre führt? Und 30 Jahre lang hat mich gezögert, auf die Frage, die viele von euch hatten, eine Antwort zu geben. Das Buch des Lichts lehrt, du kannst nicht erklären, was etwas ist, sondern was es nicht ist, in der Essenz. Und wenn du das voll erkennst, dass das Erkannte du nicht bist, dann kommt die Wahrheit. Und jetzt begehe ich zum ersten Mal, handele ich eigentlich gegen das Buch des Lichts, aber in Wirklichkeit nicht. Aber ihr habt mich so oft gefragt, Lanou, wir wollen wissen, was ist die Wesenheit? Was ist der Urgrund? Und heute werde ich es euch sagen. Und ich nehme die karmische Schuld dafür auf mich. Was ist die Wesenheit? Was ist der Urgrund wirklich? Was ist die Monade? Die Monade, seht ihr, da fallen schon die vergänglichen Strukturen ab. Wir haften uns aber wieder an, immer wieder haften wir uns an, an die vergänglichen Strukturen. Was ist der Mensch? Was ist die Monade? Das wird hier zum ersten Mal weltweit auf dem Internet erklärt. Nicht einmal im Buch des Lichts steht es, obwohl, verhüllt schon. Du bist frei von Ausdehnung. Und der Urgrund ist auch frei von Ausdehnung. Du hast keine Ausdehnung. Ein Zustand, der keine Form hat. Und weil der Urgrund keine Ausdehnung hat und du auch nicht. Und weil etwas, das keine Ausdehnung hat, keinen Platz beansprucht, keinen Raum, passen alle Wesenheiten in den Urgrund. Und alles, was du wahrnimmst als Ausdehnung, genau das bist du darum nicht und darum bist du ausdehnungsfrei. Du, der keine Ausdehnung hat oder die keine Ausdehnung hat, weder Länge, Höhe, Breite. Du hast diesen Platz frei von Ausdehnung verlassen und dich in die Welt der Ausdehnung begeben. Aus Notwendigkeit. Du wolltest Kosten von der Situation, wie ist es, ausgedehnt zu leben, für mich, der ich keine Ausdehnung habe, der ich auch keinen Platz beanspruche. Die Wesenheit per se beansprucht keinen Platz. Erst wenn sie ihrem Verlangen folgt den Urgrund verlässt und sich in die Urmaterie Muleprokrit stürzt, dann nimmt sie Ausdehnung an und belegt sich mit den Beilegungen. Warum tut sie das? Weil es in der Tat glücksversprechende Momente in einem ausgewähnten Zustand gibt. Ja? Sehen, hören, fühlen, schmecken, tasten, denken hat auch seine schönen Seiten. Aber wenn du mich fragst, wer bin ich, wo komme ich her, dann sage ich, du bist ausdehnungslos, du kommst vom Ausdehnungsfreien her. Aber in dem Moment, in dem du die Urmaterie berührst, findet Ausdehnung statt. Mineral, Pflanze, Tier, Mensch, Engel, Gott, Mann, Frau, dies, jenes. Und alles geht immer wieder zurück zum Ausdehnungsfreien. Und das ist natürlich ein Zustand, meine geliebten wir, die wir uns so identifizieren mit der Ausdehnung. Ich bin ein Mann, das ist eine Frau, das ist dies, das ist das. Dieser große notwendige Irrtum wird uns zurückführen in den Ausdehnungsfreien Zustand nach Nirvana, in den Urgrund. Und darum enthält der Urgrund alle Wesenheiten, weil alle Wesenheiten keine Ausdehnung bedürfen und darum der Urgrund auch nicht. Das ist das, was du bist. Kannst du das ertragen? Kannst du ertragen, dass du nicht das bist, was sich ausgedehnt hat, aber du hast es verursacht, diesen Zustand. Und nun, die Ausdehnungsfreien Wesenheiten, die per Essenz oder per se keine Länge, Höhe, Breite, Tiefe haben, die erfahren sich nun in der Illusion der Ausdehnung, die ihnen immer wieder genommen wird, immer wieder. Aber sie kennen ja nichts anderes. Und immer wieder stürzen sie sich und kosten, stürzen sie sich aufs goldene Kalb der Bibel und so weiter, kostenvolle verbotenen Frucht, um zu erkennen, dass sie eigentlich vergiftet ist. Denn hinten kackt die Ente. Jede Schönheit hat auch immer eine Hässlichkeit als Gegenpol. Jedes Gute hat immer das Böse, aber du bist jenseits von Gut und Böse, jenseits jeglicher Beschreibung, die jetzt kommt. Außer, du bist ausdehnungsfrei. Du hast keine Masse, weder im Himmel noch, in der Erde noch, noch in der Hölle. Noch auf Erden, noch in der Hölle. In Wirklichkeit. Aber die Konsequenz dessen, was du tust, erlebst du dann wieder in der Ausdehnung. Das ist ja klar. Das ist ja klar. So lernt der Mensch, da gehöre ich nicht hin, sondern ich gehöre dahin, wo ich herkomme. Ins Ausdehnungsfreie. Da, wo es keine Länge, Höhe, Breite, Tiefe gibt. Da gehöre ich hin. Und das ist natürlich, meine Lieben, eine Erkenntnis, die uns lehrt durch das Buch des Lieds. Und immer, wenn etwas von deiner Ausdehnung dir abfällt, haftest du es dir wieder an, bedingt durch Verlangen. Alles als veränderlich Erkennbare bin ich nicht. Also bin ich und ich wage es zum ersten Mal seit 30 Jahren zu sagen, ich bin das Unveränderliche. Das ist zeitlos, ewige, frei von Dauer. Denn jede Ausdehnung erlebt immer wieder Dauer. Beginn, Duration, also während es existiert und Ende. Und genau das bist du nicht, sonst würdest du da bleiben. Du befindest dich also in einem fürchterlichen Irrtum. Du denkst, du bist ein Mann, eine Frau, ein Kind, ein dies und das und jenes. Ich will nicht euch die Erfahrung nehmen, die ihr als Menschen und so weiter haben solltet und wollt. Nur ich komme jetzt mal zum Punkt, nach über 30 Jahren, dass ich versprochen habe, es nicht zu machen. Der große Johann möge mir verzeihen. Du bist etwas, das weder Anfang noch Ende hat. Und das höchste, der höchste Zustand, ist der, in dem keine Zeit vergeht. Ja, wie kann ich den erfahren? Ich bin doch hier in der Zeit. Geleitet durch die Lehre und durch Seelenatemmeditation. Da kannst du empirisch sein, in einem dauerfreien Zustand. Das ist der sogenannte Atemstillstand. Wer den erzwingt, landet in der Psychiatrie. Das ist eine Sache, meine Lieben, die vielleicht einige Leben dauert. Man sitzt, man meditiert. Auch der in der Welt Verhaftete, sagen wir, da könntest du manchmal einen ersten Loslösungsschritt haben, von dem sich mit der Form identifizieren, mit dem, das keine Form mehr hat. Dann bin ich dann zerstört. Du wirst sehen, du bist nicht zerstört. Du meditierst und beobachtest. Du beobachtest den Loslösungszustand. Und aus einem Zustand, in dem du Zeit erlebst, durch die Beobachtung wird es immer stiller. Früher oder später. Das kann nicht sofort passieren, meine Lieben. Ganz selten. Kommst du in einen Zustand, wo du den Körper gar nicht mehr brauchst, und dann hört er auf zu atmen. Der ist nicht tot. Er ist nicht tot. Nee, nee. Und könntest du sagen, ja, wenn Bewegungslosigkeit, zum Beispiel, das ist ja das, die Bewegungslosigkeit bringt dich zur wahren Unsterblichkeit. Ja, wenn ich so mit dem Körper sitze und nichts mache und gucke nur so, dann bewege ich mich ja auch nicht. Müsste ich es doch gleich haben. Du bewegst dich sehr wohl. Dein ganzer Körper bewegt sich. Die Moleküle darin. Sie atmen sie, sie erweitern sich, das Blut fließt alles. Nur im Atemstillstand, da hört der Körper auf zu atmen. Es ist so, als ob du tot bist, aber noch lebst. Und weil diese Aktion, die du meditativ erreichst, den Körper ruhig stellt, kannst du dich nach Nirvana zurückziehen. Erzwinge es nicht. Tägliche Studium und Meditation. Nee, am besten wäre es natürlich, wenn du ins Kloster gehst. Aber bitte was. Ihr wisst ja von meinem Vortrag, bau dir dein eigenes Kloster. Kannst du doch. Stilles Äckchen. Meines Wegen, das Bild des Buddha oder Buch des Lichts oder gar nichts. Aber geleitet durch die Leere. Denn du schließt dir dann die Augen. Du schaffst dir einen Moment der Ruhe, wo dich keiner stört. Und du wirst sehen, zwischen Aus- und Einatmen darfst du nicht erzwingen, wird die Dauer zwischen Aus- und Einatmen wird immer länger. immer länger. Es gibt Leute, die mir geschrieben haben bei Seelenatmen, die haben Angst, wieder einzuatmen. Dann hab keine Angst. Aber erzwinge nicht. Ich sag's dir jetzt. Du wirst dir sagen, oh, jetzt atme ich mal aus. Und jetzt atme ich mal nicht mehr ein. Sei achtsam und beobachte die Bewegung dessen, was du nicht bist. Und weil du ihm keine Aufmerksamkeit schenkst, früher oder später, außer achtsam zu sein, diesen Vorgang betreffend, aber du involvierst dich nicht mehr, wird der Körper, da du ihn ja da nicht mehr brauchst, aufhören zu atmen. Und dann kommt der ausdehnungsfreie Zustand, früher oder später. Das ist wahre Unsterblichkeit. Sterblichkeit hat immer mit Dauer zu tun. Wenn du Dauer wahrnimmst, oder sogar noch dem, was Dauer hat, anhaftet, was ja die meisten Wesen in der Welt tun, dann erlebst du eben den Tod schmerzhaft. In dem Maße, in dem du den, was du da wahrnimmst, anhaftest. Das Paradies der Bewegungslosigkeit. Da ist die Wahrheit. Und nur weil du ruhig da bist, heißt es noch nicht, du bist bewegungslos. Sondern der ganze Körper, diese ganze Maschine wird abgestellt. Nicht durch Selbstmord oder so. Im Gegenteil, im Gegenteil. Du beobachtest achtsam, was geschieht. Aber du mischst dich nicht mehr ein. Zum Beispiel, du hast einen Gedanken. Er kommt, er geht. Du hast eine Empfindung. Sie kommt, sie geht. Misch dich nicht ein. Wenn du das praktizierst und Seelenatmen, Meditation lernst, dann erlebst du noch, während du im Körper bist, im sterblichen Körper, dann wirst du unsterblich. Je weniger du dich mit dem Sterblichen identifizierst. Die Körperberuhigung ist der erste Schritt. Sie geschieht in der Seelenatmenmeditation. Wir beobachten das auf und ab. Achtsam. Wir mischen uns nicht mehr. Schau mal. Beispiel. In einem Meditieren geht der Atem erst so. Ein-Aus. 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 Merkst du was? Der Zeitpunkt zwischen Aus- und Einatmen wird immer, diese Strecke, die Duration, wird immer länger. Und dann hörst du auf. Das kann in diesem Leben passieren oder im nächsten. Aber ich sag dir eins. Wenn du dich mit der Lehre befasst und Seelenatmenmeditation betreibst, wirst du in diese geisteskranke Welt, regiert vom Geisteskranken, nicht mehr wiederkehren. Du wirst dem Nirvana zustreben, der Wahren und Sterblichkeit. Ehre sei dem Buch des Lichts. Eine Frau, die verkauft ihren Körper an fremde Männer. Sie denkt, bald hab ich genug Geld und fangt ein neues Leben an. Das alles und noch viel mehr redet sie sich ein. Aber die Seele, die Seele weint. Eine Mutter, die gibt ihr Kind zu fremden Eltern. Sie sagt, dort hast du es besser als bei mir. Und sie wendet sich ab, geht davon und sagt, es muss so sein. Und die heimliche Macht seit dem Traum, dir beinahmt die andere Welt, wo deine Seele nie mehr weint. siehst du den alten Mann dort an der Ecke stehen. Er hat nichts zu essen, er friert und er ist so allein. Doch die Menschen gehen ohne einen Blick an ihm vorbei. Die Seele weint, Und die Seele, die Seele weint. Die Seele weint, die Seele weint. Die Seele weint. Doch nichts bleibt so, wie es heut' scheint. Und die heimliche Macht zeigt im Traum dir bei Nacht die andere Welt Wo deine Seele nie mehr weint So viele Menschen auf dieser Welt sind so allein Sie suchen Liebe und finden oft nur den falschen Schein Tief in dir ist eine Stimme, die sagt, du musst nicht einsam sein Dein Leben hat einen Sinn, sonst wärst du doch nicht hier Doch so mancher lacht nur darüber, denkt nur an sich allein Aber die Seele, die Seele weint Aber die Seele, die Seele weint Die Seele, die Seele weint